Ein junges Paar zieht 2016 zusammen. Die Beziehung hielten die beiden aus Angst vor den Eltern geheim. Mitte 2022 wurde die heute 29-jährige schwanger, schilderte Staatsanwältin Sabrina Berger. Die junge Frau will aber nicht gemerkt haben, dass sie ein Kind erwarte. Am Tatabend spürte sie nur ein Ziehen im Bauch. Tatsächlich waren es Geburtswehen. Kurz darauf brachte die Angeklagte einen gesunden Buben zur Welt. Mit einer Bastelschere schnitt sie die Nabelschnur durch und wickelte das Baby in einen blauen Bademantel. Was danach in den nächsten drei bis vier Stunden geschah, weiß nur die Angeklagte. Laut Obduktionsbericht wies das Neugeborene einen Schädelbruch durch massive stumpfe Gewalt auf. Mit dem Geschenkband war es erdrosselt worden. 15 Messerstiche in den Hals zählte der Gerichtsmediziner zudem. Zugefügt mit derselben Bastelschere, die davor die Nabelschnur durchtrennt hatte, so die Staatsanwältin. Die Angeklagte war von Beginn geständig ihren Sohn auf die beschriebene abscheuliche Art getötet zu haben. Weil sie in einem psychischen Ausnahmezustand durch die überraschende Geburt war, ist sie nur wegen Kindstötung und nicht wegen Mordes angeklagt. Der Vater muss sich wegen unterlassener Hilfeleistung verantworten. Obwohl ihm die Mutter mehrere Nachrichten und Fotos schickte, kam er ihr nicht zur Hilfe. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie wirklich schwanger war. Ich schwöre bei allen Heiligen, ich habe nichts bemerkt, beteuerte unter Tränen vor Richter Roman Weiß. Das ist ein Wahnsinn. Seien Sie mir nicht böse, aber so dumm kann man nicht sein. Der Vorsitzende konnte es nicht fassen, dass der Angeklagte es nicht der Mühe wert fand, nach seiner Freundin zu sehen. Trotz der Fotos voller Blut. Der größte Fehler meines Lebens, sagte er leise. Ihnen ist bewusst, dass ihr Sohn noch leben würde, wenn Sie früher reagiert hätten, wirft ihm die Staatsanwältin vor. Er wäre jetzt eineinhalb Jahre alt. Denn erst am nächsten Tag, Stunden später beim Fußballtraining, hatte er doch ein mulmiges Gefühl und schlug Alarm. Die Schwägerin eilte in die Wohnung und fand die blutüberströmte Frau bewusstlos am Boden im Badezimmer. Dann entdeckte sie den toten Säugling im Schlafzimmer. Während sie auf die Rettung wartet, steckt sie das tote Kind und die Schere in Müllsäcke und begann die Wohnung zu putzen. Warum? Warum versteckten sie den Säugling und die Schere in grünen Müllsäcken und wischten die Wohnung auf? Das sieht für mich nach dem klassischen Vertuschen aus, polterte Richter. Ich war unter Schock, ich war ja selber schwanger, weint die Frau bittere Tränen. Ich weiß es nicht, ich wollte nichts vertuschen. Eine Einvernahme der Mutter steht für den Nachmittag am Programm. Davor gab es jetzt die nichts recht kräftigen Urteile für die Schwägerin und den 26-jährigen Vater. Beide kamen aufgrund ihrer Geständnisse milde davon. Die Tante des Neugeborenen erhielt wegen Unterdrückung von Beweismitteln und Störung der Totenruhe drei Monate auf Bewährung. Für den Fußballer setzte es wegen der unterlassenen Hilfeleistung eine Geldbuße in der Höhe von 1.500 Euro. Die Tante des Neugeborenen und Störung der Totenruhe drei Monate auf Bewährung. Und da kamen auf den Boden in der Höhe von 2.500 Euro. Da sind die Tante des Neugeborenen.